Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es mal darum, wie wir Windows 10 und unsere dazugehörige Festplatte bzw. Systempartition bombensicher verschlüsseln können. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Es hat damals mit TrueCrypt zu tun gehabt. Wir haben das damals mit TrueCrypt verschlüsselt. TrueCrypt wird leider nicht mehr weiterentwickelt und deswegen möchte ich das Ganze heute mal zeigen mit VeraCrypt. Zu Beginn starten wir erst mal unseren Standard Webbrowser und laden uns VeraCrypt in der aktuellen Version herunter. Bei mir ist das diese Version hier. Nach dem Download starten wir uns hier die ausführbare Datei. Die aufproppende Benutzerkonto-Steuerungsmeldung bestätigen wir mit einem Klick auf Ja. Das Ganze hier mit OK bestätigen. Akzeptieren den Lizenzvertrag. Gehen hier auf Weiter. Weiter installieren. Das können wir mit OK bestätigen. Fertigstellen. Nein. Jetzt haben wir VeraCrypt hier installiert und jetzt starten wir uns zuerst VeraCrypt. In VeraCrypt angekommen, gehen wir hier unten auf Volumen erstellen und dann auf den ganz unteren Punkt Systempartition bzw. Systemlaufwerk verschlüsseln und bestätigen das hier unten mit Weiter. Jetzt können wir uns aussuchen, ob wir eine normale oder eine versteckte Systempartition hier haben wollen. Ich lasse das Ganze hier bei dem Punkt Normal und wir gehen wieder auf Weiter. Jetzt haben wir die Möglichkeit entweder nur die Windows-Partition zu verschlüsseln oder das komplette Laufwerk. Ich entscheide mich jetzt hier für das komplette Laufwerk und wir gehen unten auf Weiter. Die wieder aufproppende Benutzerkonto-Steuerungsmeldung natürlich wieder mit Ja bestätigen. Jetzt können wir hier noch die Host-Bereiche verschlüsseln. Das nehme ich hier an. Also ich gehe hier oben auf Ja und dann wieder auf Weiter. Jetzt wieder auf Ja für die Benutzerkonto-Steuerung. Jetzt müsst ihr hier entscheiden, ob ihr ein oder mehrere Betriebssysteme installiert habt. Ich habe jetzt bei mir nur ein Betriebssystem installiert, deswegen wähle ich hier den oberen Punkt an und gehe unten wieder auf Weiter. Jetzt können wir uns hier für unseren entsprechenden Verschlüsselungsalgorithmus entscheiden. Ich lasse das Ganze hier bei AES, aber ihr könnt natürlich auch was anderes verwenden. Gehen wir hier unten wieder auf Weiter und vergeben jetzt ein natürlich sicheres Passwort. Ihr könnt aber auch hier eine entsprechende Schlüsseldatei oder eine PIM vergeben. Ich vergebe jetzt hier nur ein Passwort. Wenn ihr eure Sicherheitseinstellungen hier vorgenommen habt, hier unten das Ganze wieder mit Weiter bestätigen. Ich habe jetzt bei mir kein so allzu langes Passwort genommen, deswegen kommt hier noch eine Warnmeldung. Natürlich ist es hier sinnvoll, längere und komplexere Passwörter zu verwenden, damit das Ganze hier auch wirklich Sinn hat. Ich bestätige jetzt hier diesen Warnhinweis mit Ja. Jetzt müssen wir hier unsere Maus in diesem Fenster rein zufällig bewegen, solange bis der grüne Balken voll ist. Je länger wir das hier tun, desto sicherer wird unsere Verschlüsselung. Nachdem das jetzt hier voll ist, können wir unten einfach auf Weiter klicken und wir haben wieder eine Benutzerkontosteuerung, die wir natürlich wieder hier mit Ja quittieren. Die Erzeugung des Schlüssels hier können wir einfach mit Weiter quittieren und jetzt müssen wir einen Rettungsdatenträger oder eine Rettungsdatei anlegen. Die Datei ist sehr wichtig, wenn wir uns in irgendeiner Weise den Bootloader zerschießen, damit wir hier wieder ins eigene System reinkommen. Deswegen gehen wir hier unten auf Suchen. Ich lege mir den Rettungsschlüssel jetzt erstmal auf den Desktop. Wenn ihr das im Produktivsystem macht, den Rettungsschlüssel am besten auf einen USB-Stick kopieren oder dann im Nachgang auf eine CD oder DVD, je nachdem was ihr so zu Hause habt, einfach brennen, damit das Ganze wirklich sicher ist. Ich lege mir das jetzt hier einfach auf den Desktop ab. Dateiname und Endung ist hier egal. Speichern wir das hier ab und gehen hier unten wieder auf Weiter. Vorher können wir noch den Haken hier oben rein machen und dann gehen wir auf Weiter. Nochmal weiter. Okay. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, die leeren Bereiche unserer Festplatte sicher zu löschen, also dass die leeren Bereiche vorher überschrieben werden. Das kann aber je nach Festplattengröße sehr lange dauern. Deswegen lasse ich das jetzt an dieser Stelle mal weg. Aber wenn das hier wirklich sicher sein soll, würde ich das auf jeden Fall machen und da könnt ihr euch hier entsprechende Durchgänge aussuchen und das Ganze dann hier löschen. Es werden hier keine persönlichen Daten oder sonst was gelöscht. Es werden wirklich nur freie Bereiche eurer Festplatte überschrieben. Wenn ihr das ausgewählt habt, gehen wir hier unten wieder auf Weiter und dann hier auf Test. Und das ist auch der Moment, wo wir den Rechner gleich neu starten und dann zum ersten unser neues Druckgriff Passwort beim Hochfahren eingeben müssen. Wir bestätigen das also hier mit einem Klick auf Ja. Jetzt bekommen wir hier noch einen wichtigen Dialog angezeigt. Vorgehensweise, wenn Windows nicht mehr startet. Das sind noch ein paar Hinweise dann, wenn irgendwas schief läuft. Das könnt ihr euch natürlich ausdrucken. Ich bestätige das jetzt einfach hier mit Ja. Und dann hier auf Ja für den Neustart. Hier angekommen, müssen wir uns nun zum ersten Mal mit unserem Passwort anmelden. Also mit dem Passwort, was wir soeben in VeraCrypt festgelegt haben. Das mache ich jetzt. Das Passwort hier mit Enter bestätigen. Die PIM hatten wir ja nicht vergeben. Das heißt, wir drücken einfach hier auf Enter. Jetzt wird das Passwort validiert und dann wird der PC hier gestartet. Nach dem Neustart sind wir wieder in Windows angekommen. Es hat also alles funktioniert. Er braucht nur hier immer etwas zum Laden. Aber die Verschlüsselung hat geklappt. Das habt ihr gesehen. Damit könnt ihr die Festplatte beziehungsweise eure Windows Partition wirklich sehr sicher verschlüsseln. Und ja, damit kommt dann niemand mehr in euer System, der das Kennwort nicht weiß. Natürlich ist auch das gewisse Risiko verbunden damit, dass dieses Kennwort von niemandem mehr zurückgesetzt werden kann, der den entsprechenden Sicherheitsschlüssel nicht hat. Ja, das war es dazu. Ich bedanke mich für das Zuschauer und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachtet doch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt es hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.